Musik Meine lieben Jigsaw-Jünger, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Fail mit Spiegel45. Hier seht ihr den Zeitungsartikel, die haben wir letztes Mal schon gelesen. Da stand drin, dass man Tab-Angebiet die Kehl durchgeschnitten hätte. Wenn wir jetzt kein Geist sind, dann ist das auf jeden Fall ein Zeitungsente, wie sich dann jeder decken kann. Liebe Leute, es ist Samstag heute, die Dinger kommen am Samstag raus. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende und ja, wir gucken uns jetzt hier nochmal ganz in Ruhe um. Wir hatten ja im letzten Mal so ein bisschen, hier ist noch eine Fallakte. Memo an die Administratoren. Immer mehr Patienten bitten um einen Bereich in der Anstalt, in den sie sich für ein Gebet zurückziehen können. Aha. Sie lassen sich diesbesschlich auch nicht mit Medikamenten ruhig stellen. Dadurch wird alles nur noch schlimmer. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird es zu einem richtigen Aufstand kommen. Oh, okay. Da sind wir auch gerade auf dem Weg in die Kapelle, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe, gehen wir mal rein, Tabby Boy. Haben wir das im Feuerzeug? Haben wir schon ein. Gut, wir haben hier ein kleiner Wheelchair. Ah, das ist bestimmt was Cooles drin. Oh, Moment, wo ist das? Blau? Äh, äh, gelb. Äh, grün. Und... Moment, den Geld meine ich nur gar nicht gedrückt. Das tut mir leid, ich dachte, ich hätte den gedrückt. Aber gut, man muss sich... Man gucken, was er dafür kriegen. Hoffentlich, was so hoffentlich lohnt sich das. Sim. Ich hab doch gedrückt. Was für ein Scheiß. Ich hab gedrückt. Es fängt wieder an. Moment, äh, jetzt drück ich immer nochmal, äh, gelb. Sim. Soll ich den rot natürlich, den grün. Moment. Komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Na, jetzt, 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 jetzt. Oh Gott, der dreht sich ja. Ja, ich hoffe, ne, ihr habt einen schönen Samstag heute, ne? Na, hab mach ich dich auf die Baukunde. Ist Wochenende, Wochenende kann man sowas immer gerne machen. Und, ähm, das B dreht sich so wunderschön langsam. B, blutrot. Ja, liebe Leute, ich liebe dieses Spiel immer noch. Ihr wisst das. Und, ähm, ja, mal gucken, ob ich jetzt treffe, 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 treffe. Erste-Hilfe-Kasten. Gesundheitshypo. Oh, okay. Sind wir eigentlich voll, aber ja, nun. Haben wir es mal wieder gemacht, ne? Haben wir mal wieder ein bisschen rumgekaspert, ne? Was ist denn das da? Wir sind ein paar Fernseher, wieso kommt Jiggy nicht? Hey, Jigsaw, alter, hast du ja nichts mehr zu verkaufen mit dir. Guck mal, hier, das haben wir gerade aufgemacht. So. Wo ist das denn hier? Ach, wir wollen ja in die Chapel, genau. Sollson gehen wir da mal weiter. Mal, gehen wir da weiter. Kommen wir hier durch. Ja, gehen wir mal weiter, mal weiter. Da ist wieder ein Pipi-Becken, okay. Da ist noch ein Aktenschrank. Haben wir die schon durchsucht? Moment, ganz kurz gucken. Ich meine, die hätten wir schon durchsucht. Ne, haben wir schon. Gut. So. Jetzt will ich aber nicht wieder in irgendwelchen schmutzigen Toiletten wühlen. Äh. Können wir die Tür aufmachen? Öffnen? Öffnen? Boah, habe ich mich jetzt erschrocken, liebe Leute. Das ist, das ist, äh... Toilette suchen? Aha. Liebe Leute, ich sag da ist gar nichts zu. Ich finde das einfach nur eklig, widerlich und überhaupt sowieso. Ihr wisst, dass ich hier... Ich muss erstmal Pipi machen, also du siehst, siehst. Dann machen wir doch das Feuer aus. So, Tebby, lass dir jetzt halt ganz in Ruhe, mein Freund. Pss, 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 pss. Genau, so. Wenn wir ein bisschen hier auf den Teppich kommen, ne? Schnauze voll von dem ganzen Dreck hier. Guck dir den Scheiß mal an. Nehmen wir einen Spritzen, Scheiß rum, stochern und wühlen. Haben wir da schon mal reingeguckt? Ich glaube, wir haben auch so... Ach ja, das war die Arme. Ja, genau, wir waren ja komplett. So, wo muss ich jetzt hier hin? Äh, wir haben hier einen Schlüssel gefunden. Genau, das heißt, wir müssen jetzt die Tür wieder finden, ähm... Wo der Schlüssel reinpasst. Ne, ihr wisst ja, finden und Spiegel 45 ist nicht unbedingt identisch. Kommen wir da, da kommen wir nicht. Das ist schön, das ist... Kommen wir hier. Kommen wir da, ist das die, 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 die... Ne, das ist zu... Zu, 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 zu. Oh, das ist eine Crime Scene, okay. Was ist das für ein Geräusch? Was, was ist das für ein Geräusch? Können wir nicht hier irgendwie... Hm, können wir nicht. Ich würde, ich wäre da so gerne durch, äh... Oh Gott, schließen. Okay, wir, wir, wir gucken mal. Ich weiß echt nicht, wo wir den Schlüssel jetzt, äh... Tür verschlossen, also der war es schon mal nicht. Was, der vielleicht? Ja, das sieht gar nicht so schlecht. Ey, Jungs, ihr gebt doch zu, dass hier einer rumhustet. Da! Da, da, da sehe ich den. Hey, Kollege! Hey! Kollege, du, du solltest mal zum Dock hin. Der, 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 der Husten klingt gar nicht gut. Ich schätze mal, wir müssen jetzt bestimmt verkloppen, äh... Okay, ich mach das mal auf. Ich mach das nicht gerne, aber ich mach das mal auf. So, Kontrollpunkt. Okay. Steht das jetzt unter Strom hier? Öffnen. Öffnen. Ach, du Scheiße. Da sind ganz viele Puzzleteile. Das ist, was passiert mit denjenigen, die ihre Tests verlieren, die die falsche Wahl machen. Du kannst nicht diesen Mann retten, aber du kannst dich selbst retten. Find the combination to open his cage and reroute the power back to the doors. Aber mach das so schnell, wenn er das Wasser rettet. Du kannst beide seine Fahne verbreiten. Okay, wir sollen jetzt also Das ist eine 3, da lese ich eine 3 Wir müssen wahrscheinlich wieder die Perspektive richtig einrichten Okay, wir haben 2 Minuten Zeit Sonst fliegt die ganze Scheiße hier in die Luft So, da sehe ich eine 5 3, 5 4 Warte mal, 4, 3, 5, kann das sein? Gucken wir mal ganz kurz, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Was habe ich jetzt gesagt? 4, 5, 3? Oh Gott, war das 4, 5, 3? 4, 5 3 Okay, war das nicht 4, 5, 3? Moment Scheiße, ich glaube, ich versage mal wieder Ja, ja Von worin sie sich denn wohl stehen? Das ist natürlich das Problem, ne? 4, 3, 5 4, 5, 4, 3, 5 4, 3, 5 Wir merken uns, 4, 3, 5 Wir merken uns, 4, 3, 5 4, 3, 5 Ganz wieder so, wie so voll besoffen, ey Oh, finden wir jetzt den verdammten Koppler Gehen wir hier ein Koppler? Ja, die Scheiß-Resse wieder noch genau Nichts gefunden Super Perfekte Nummer, ey So, hier ein Koppler Habe ich jetzt einen Koppler gefunden? Ich habe es nicht gesehen so schnell Nagel, komplett Okay, Nagel Wo ist denn da vielleicht ein Koppler an dem Tisch? Komm, hier ist ein Koppler Koppler, super Ja, bei dem Rest werde ich denke ich mal dann wahrscheinlich wieder failen Das ist, ihr kennt das ja Ihr wisst, dass ich da total die super, äh Die super-Type bin So, hier, so, wuppdi-wappdi Ja, perfekt Das ist natürlich, äh Hm Jetzt mal ganz kurz gucken Äh, so, Moment Wir müssen mal ganz kurz Äh, Moment Ach, fuck Ich habe mich verklickt Entschuldigung So, ich glaube, das sieht immer ganz gut aus Sam, sam So Können wir den noch? Sam, sam Warum auch immer? Sam Der kann ja mehr theoretisch nur noch da So, Moment Was ist das? Wie, Freunde, ich habe das jetzt echt geschafft, dass ich, 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 äh Was, was, was hängt da? Ist das der Typ, der eben so gehustet hat? Junge, Junge, du bist aber Bist du ein Bienenmann? Habt ihr sowas schon mal gesehen, Freunde? Ich meine, äh So, ich Ich weiß auch nicht, aber Keine Ahnung Äh So Was hat er gesagt? Wenn eine andere Tür ist Wenn die Tür sich schließt, geht eine andere auf Okay Weißt du nicht, wo ich jetzt hier bin? Bin ich hier richtig? Suft-Kontrollpunkt Das ist aber auf jeden Fall gut Komm jetzt hier rein Tür verschlossen Ja, welche Tür hat sich denn da bitte schön geöffnet? Komm hier nochmal Ich muss noch mal hier nochmal zurückgehen Ich glaube, ich muss noch hier nochmal nachgucken Wenn wir hier irgendwas übersehen haben Ey, Tabby, Alter Hast du schon wieder getrunken? Es war erst Samstag irgendwie Es ist Tür verschlossen Okay, das heißt, da kommen wir definitiv nicht mehr rein Da müssen wir wohl hoch Äh Wohl Hier, der Kollege Ah Oh Gott, den Typen hat es in tausend Teile zerrissen Hat er hier gepennt, oder was? Scheiße Aber hier hat er doch gesessen, der Knabe Dann hat er irgendwie jetzt sich die Seele aus dem Leib gehustet Schöne Scheiße Ich glaube, wir müssen wieder hoch, meine Freunde Ich glaube, wir müssen wieder hoch Machen wir auch Das ist ein Dubfighter Das ist Z-Zistich-Zich-Zich-Zich Du wohnster! Du hast mich给riert! Du... Du____ Was killed By his partner's carelessness He ran into a trap I did not kill him Du movedetrappet das Haus His death ist deine fault The defenser I prepared Would have easily been disabled By police procedure wir mögen den terry boy alle nicht ich weiß ja nicht was er so alles schon ausgefressen hat das weiß ich ja nicht ich ich kenne wie gesagt die filme nicht kapelle ich glaube hier waren wir schon mal das so ist kontrol punkt ja aber aber kommen kann man sich im moment jetzt mal ganz ruhig hier waren wir doch schon jetzt haben wir eben pipi gemacht oder in der letzten folge ich weiß es nicht irgendwann mal pipi gemacht was was wäre ist okay 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 hol dir den frieden du penner nein mal nicht genug kleiner hier ist oder ein frieden da zu ehrigen frieden du kleiner strich was willst du von mir du penner kommen sprich dich aus was ist los hier was steht da steht da immer sei detektiv sing es ist die tür wieder auf das sind ein bisschen zu viele türen die ja gerade irgendwie aktiv sind ich komme ja gar nicht mehr klar liebe leute ich komme gar nicht mehr klar aber das wisst ihr ihr mich kennt ihr wisst dass ich hier sowieso nicht klarkomme kann ich ein knöpfchen drücken ja super was ist jetzt aufgegangen was ist jetzt aufgegangen haben jetzt vielleicht die türen da wobei es zu kapelle da ja super grün wir haben grünes licht gemacht liebe leute ja spiegel zu 40 kann gelegentlich mal grünes licht machen kampfposition wer will kann kommen kann antreten das ist im sind das fenster oder ist es okay okay dann irgendwie schneit es hier wenn es also schneit kampfposition wer will was wer will was kommen kommen aber es schneit hier rein kommen die leute auch der mond wie schön guter mond du gehst so still und ich habe ein kleines bisschen natur bist du offen bist du mir gut gesonnen oder bist du eine böse türen doch da ich konnte sie öffnen okay habe ich hätte doch nicht unrecht getan okay das sage ich dir ein andermal ich was da komme ich nicht rein okay sollen was machen die leute soll was machen wir müssen irgendwie rein es verläuft gelesen simpel patik tumi test mit unseren experimente in viel gestalten was sympathik tumi verlaufen sehr gut bei der traditionellen chirurgischen sympathik tumi was immer das sein soll muss der chirurg den körper öffnen um mehrere rippen spreizen um zugang zum sympathischen nervensystem zu erhalten die thorax wenn ganglien werden dann so dann entfernt was ich bei mehreren kausal was kausal gibt wer lesen will lesen unter unseren patienten sehr effektiv erwiesen was das ist kausal die fällen kausal die was immer ist die leute ich bin kein mediziner ist bei den wäldern symptomen und so weiter irgendwie wir sie nennen werden die geräte verwendet die im munitz im look toben gleichen mit denen aber nervengewebe aus dem thorax anstelle des gehirns entfernt wird aufgrund der geringen größe diese geräte ist die gefahr für den patienten geringer als ist für als es aber es ist schwer festzustellen wo genau das nervengewebe entfernt wird was zu unerwarteten nervenschäden führen kann nervenschäden 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 noch eine fallakte das hatten wir gerade was sind das hier ein folterstuhl war sager bohrstuhl will ich den untersuchen liebe leute besuchen wir in der nächsten folge ich sag jetzt hier ne ich weiß noch nicht ob ihr einen gott gefunden habt ich hab meinen hier im fernsehen flimmern gar nicht wahrer jigshausen arschloch und kein gott so die leute ich wünsche euch einen wunderschönen samstag ein tolles wochenende und überhaupt sowieso haltet euch wacker tata und vielen dank fürs zuschauen sagt euer spielkind jigsaw 45 have you found your god gerade士 tier 4 3 3 3 4 4 6 4 5